Heute für euch 7 krasse Fakten über Stars, von denen ihr höchstwahrscheinlich noch nichts gehört habt. Los geht's! Nummer 7. Michael Schumacher hat in seiner kompletten Formel 1 Karriere 7 mal die WM gewonnen. In dieser Zeit hat er sage und schreibe 270 Liter Champagner auf dem Siegerpodest verspritzt. Das entspricht ganzen 19.820 Euro, die er dort ausgekippt hat. Davon hätten übrigens auch 19.000 Personen jeweils ein Glas Sekt von trinken können. Und die Nummer 6. Till Schweiger ist in der heutigen Zeit einer der bekanntesten Filmproduzenten und Schauspieler Deutschlands. Doch damals musste er für sein heutiges Glück hart kämpfen. Er wurde ganze 9 Mal von der Schauspielschule abgelehnt, bis er in Köln einen Platz bekam. Um sich den Unterricht in der Schauspielschule zu finanzieren, jobbte er nachts dann als DJ in Diskotheken und verdiente sich zusätzlich Geld als Synchronsprecher von Pornofilmen. Wer hätte das gedacht? Und wir kommen zu Nummer 5. Pierce Brosnan ging lange vor seiner Zeit als Agent 007 einer sehr ungewöhnlichen Interesse nach. Während eines Workshops 1969 entdeckte der Schauspieler nämlich seine Leidenschaft zu Feuer, erlernte die Kunst und wurde dann Feuerspucker. Zunächst startete er als Straßenkünstler und verpflichtete sich anschließend drei Jahre für einen Zirkus, um dann als weltberühmter James Bond die Kinoleinwände zu stürmen. Und die Nummer 4. Für den Film Fight Club verabschiedete sich der Schauspieler Brad Pitt absichtlich von einigen seiner Zähne, um für seine Rolle authentischer zu wirken. Danach ließ sich Brad aber sein strahlendes Hollywood-Lächeln professionell wieder herrichten. Was man nicht alles macht. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3. Der Dauerkiffer und Reggae-Rapper Snoop Dogg hat seine berühmte Stimme nicht nur für seine eigenen Songs benutzt. Wusstest du, dass er unter anderem seine Stimme dem Navigationssystem TomTom geliehen hat? Ja richtig, einer der auszuwählenden männlichen Stimmen ist von Snoop Dogg zu sprechen. Ein Dauerkiffer, der dich durch den Straßenverkehr leitet. Ist klar. Und die Nummer 2. Die Königin von England, auch bekannt als Queen, besitzt einen Führerschein. Das klingt erstmal gar nicht so außergewöhnlich, allerdings handelt es sich dabei um keinen normalen Pkw-Führerschein, denn die Queen darf ganz offiziell LKWs mit ihrem Lastwagen-Führerschein fahren. Und wir kommen zur sensationellen Nummer 1. Der One-Direction-Schnuckel Harry Styles hat nicht wie gewöhnlich zwei Brustwarzen, sondern ganze vier. Den Medien sagte er, ich habe vier Brustwarzen, ich glaube, ich sollte ein Zwilling werden. Doch der andere ging verloren und überließ mir seine Nippel. So weit, so gut. Das wollten wir doch alle schon immer mal wissen. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.